Ein neues Video mit zwei Dampfflocken Dampfflocken wir das vom vorigen Video, aber dieses Mal mit anderen Waggons Wie ihr seht, die andere Lokomotive 8.50 Uhr mit drei Abteilwagen und die zweite Lokomotive wie ihr seht mit meinen allerersten McLin-Waggons die noch mit der Standardkupplung gekuppelt werden Ich hoffe das Video gefällt euch Viel Spaß beim Anschauen Ich habe euch eine große Herausforderung mit einer Gäste und die zweite Lokomotive wie ihr seht, die andere Lokomotive wie ihr seht, die andere Lokomotive in der Lokomotive wie ihr seht, die andere Lokomotive Vielen Dank.